Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, let's Neuigkeiten erzählen! Und wir haben jetzt einige Neuigkeiten und ich muss mich auch bei euch entschuldigen, also das ist nicht nur Neuigkeiten jetzt hier, sondern ich konnte ja die letzten zwei Wochen nichts hochladen, also nichts von der Kenia oder Cube World und das liegt halt daran, dass mein Zimmer renoviert wird und ich eigentlich dachte, dass ich hier dann auch an meinen Computer könnte und da was hochladen kann. Daraus wurde nichts, meinen Computer musste ich abbauen und irgendwo anders hinstellen und es gab keinen freien Raum mehr, wo wir Internet hatten, wo ich über Nacht was hochladen konnte etc. Somit konnte ich leider nichts hochladen. Die zweite Woche war ich weg, da war ich auf einer Insel, ganz geheim wo. Ihr müsst ja nicht alles wissen. Und auf dieser Insel habe ich dann aber für euch, weil ich an euch gedacht habe und auch Halloween war und ich leider kein Halloween-Special rausbringen konnte, habe ich dann an euch gedacht und ein Real-Life-Video vorbereitet. Ja, das Ganze muss ich aber noch bearbeiten und die unterschiedlichsten Videos von unterschiedlichsten Kameras zusammentragen, gucken, wann ich die bekomme und so weiter. Das heißt, es kann sich leider noch vielleicht zwei Wochen spätestens oder längstens hinziehen, bis diese Videos dann hochgeladen werden. Aber mit diesen Videos beginnt dann ein Großes-Projekt, was ich starten werde, was Real-Life betrifft. Wir werden dann wahrscheinlich voraussichtlich ein ganzes Spiel Real-Life-Let's-Playen. Das heißt, wir gucken noch, ob wir ein Spiel nehmen, was es schon gibt. Das heißt, zum Beispiel, wir nehmen Skyrim und machen daraus ein Real-Life und spielen dann die Story komplett nach. Oder wir denken, das ist doch ein bisschen zu schwer, komplett sich an die Story zu halten und dann machen wir einfach eine neue Story. Das heißt, wir machen einfach eine Fortsetzung von einem Spiel, dass wir dann Real-Life-Let's-Playen werden. Und das war jetzt die eine Information. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich auch schon gesagt habe. Es gibt eine große Neuigkeit. Wir haben nämlich einen Neuzugang auf unserem Kanal. Es haben sich nämlich einige bei uns gemeldet nach dem Video, das wir Let's Play suchen. Und zum einen war da der liebe Felix, der jetzt mit auf unserem Kanal sein wird. Und er führt im Moment zwei Kanäle und er versucht, das jetzt hinzukriegen, dass er bei uns regelmäßig was hochlädt. Er könnte auch in einer großen oder in einer größeren Qualität hochladen. Das heißt, er hätte die Möglichkeit, in HD hochzuladen. Das heißt, 720 Pixel, was uns natürlich alle sehr freut, weil wir ja, wie ihr wisst, das bisher noch nicht können. Ja, das war es an Informationen. Ich denke, der Felix wird sich auch noch selber mehr vorstellen, über sich selber noch was erzählen in seinen eigenen Let's Plays. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Vielen Dank.